Ja, ich stehe hier mit allerbester Laune in der Wilhelm-Focke-Oberschule. Das ist ja eine zertifizierte Klimaschule in Bremen und die hat mich heute die Klasse 6b eingeladen, um mich über ihre Klimaprojekte zu informieren. Wir sind Klimaschule geworden, weil wir daran glauben, dass für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen jetzt das Ruder umgelegt werden muss, dass wir unsere Kinder selbstbestimmt in die Verantwortung bringen können, später diese Gesellschaft zu führen, dass sie Teilhaber in der Gesellschaft haben, dass sie etwas wie Selbstwirksamkeit erfahren und das lässt sich unter dem Thema Klima und Klimaschule wunderbar vereinen. Und dann gab es als Höhepunkt, dass ich eine Baumpatenschaft übernehmen durfte, habe also einen Walnussbaum gepflanzt. Ich muss sagen, das war ein grandioser Empfang, wir hatten viel Spaß miteinander und ich habe mich davon überzeugen können, dass in der Schule eine ganz hervorragende Arbeit geleistet wird.